So, hey Freunde, herzlich willkommen zurück zu Subnautica. Wir joinen gleich mal wieder unserem Safe State und schauen mal, was wir heute so zu tun haben. Ich habe jetzt einen Tag nicht gespielt. Ich nehme ja immer so ein bisschen im Voraus jetzt dann eben auf. Und ja, soweit ich weiß, haben wir... Es ist wieder so laut direkt. Perfekt. Wir haben uns direkt wieder ein Messer gebastelt. Das bedeutet, ich kann mich gegen euch wehren. Perfekt. Nachdem ich... Ich habe das in der Aufnahme gesehen. Mein Messer ist einfach so verschwunden. Was ein Bullshit. Aber ja. Was sollten wir uns auf jeden Fall craften? Wir brauchen... Erstmal dich und dich nicht. Dann haben wir Kupfererz, Salz, Titan. Okay, wir haben den Scanner. Den Zahn brauche ich nicht. Was haben wir denn in den Bauplänen? Sehr interessant wäre eben die Seemotte. Die erleichtert sehr viel. Oder der Seegleiter. Ich meinte den Seegleiter. Die Seemotte können wir später bauen. Die hatte ich auch noch nie. Das bedeutet, das wird für mich auch so ein First-Time-Erlebnis. Die Schwimmflossen haben wir bereits. Computerchip, genau. Laserschneider können wir nicht. Das Konstruktionswerkzeug wäre ganz interessant. Ich glaube mal, das basteln wir jetzt dann auch. Und dafür brauchen wir Quarz- und Tischkorallenproben. Und das holen wir uns einmal. Und zwar die Tischkorallenproben bekommen wir... Was war das? Das war laut... Oh! Geh weg! Geh weg! Ich mach dich kaputt! Ich hab dich gewarnt. Genau. Tischkorallen. Zwei Stück. Da liegt ein Ei. Das nehme ich mit. Ich weiß nicht, was man damit tun kann. Aber ich sammle die Dinger. Ich mein, wieso auch nicht? Und einmal Quarz. Da. Einmal das schnappen und dann eine Batterie machen. Und ich könnte gleichzeitig auch wieder ein paar... Was kommt der schon wieder? Geh weg! Ich hab dich gewarnt. Ich bin mir nicht sicher, ist er tot. Er wackelt halt noch. Ich scanne dich einfach mal. Wackel du mal weiter. Ich scanne dich. Kein Ding. Mach du durch. Sieht gut aus. Geh zu DSDS. Nein, halt. Das ergibt keinen Sinn. Supertalent. Genau. Sowas gibt das auch noch. Hier. Okay. Fremde Lebensform. Ich weiß. Sag mal. Bist du jetzt tot, oder? Ich... Ich glaube einfach mal, es ist tot. So. Hier bekommen wir Wasser. Bleib stehen. Und Wasser. Und Wasser. Da unten sind die Bombenfische-Dinger da wieder respawnt. Was mir nicht gefällt. Dann... Dich kann ich scannen, wie es aussieht. Dich hab ich noch nicht gescannt, hm? Bleib stehen. Bleib stehen, Bumerang. Bleib stehen. Danke. Und... Du gehörst mir. Ha. Da wäre noch mal Quarz. Das nehm ich auch mit. Und dann basteln wir uns jetzt, was wir brauchen. So. Oh, es sieht immer noch so hübsch aus. Diese Dinger habe ich einmal eingesammelt. Ich weiß aber nicht, wofür ich die wirklich brauche. Deswegen habe ich sie dann eben wieder freigelassen. Wie auch immer. Ich weiß gar nicht, ob das Lebewesen sind. Ich glaube aber schon. Und die haben sich dann an einem Fisch festgehalten. Und der hat sich dann neben meinem Boot immer... Also die halten einen Fisch sozusagen an Ort und Stelle. Und ziehen ihn nur nach oben. Und der hat sich dann einfach neben meinem Boot so die ganze Zeit gedreht. Das war ganz komisch. Eine... Eine Computerchip. Perfekt. Und... Ich glaube, wir haben noch eine Batterie gebraucht, oder? Nicht? Wo ist das? Da. Genau, die Batterie. Habe ich eine Batterie? Zufällig? Ganz zufällig? Nein, aber ich habe Kupfererz. Das bedeutet, es fehlen noch die zwei Pilze, glaube ich. Ah, ich komme manchmal durcheinander. Aber ich denke, es war so. Ich möchte jetzt nicht unbedingt... Ich komme mich schon nach. Geht ja schnell. Batterie, Batterie, Batterie. Da. Ja, genau. Perfekt. So, dann basteln wir uns jetzt eine Batterie. Und da ist wieder ein Medikit fertig. So. Daraus können wir uns jetzt... Das Ding bauen. Was ist das? Luftblase. Chemische Reaktion produziert Gas, das leichter als Luft ist zum persönlichen Auftrieb. Ah. Bräunig. Danke. Aber das Konstruktionswerkzeug. Das brauche ich. Das ist cool. So, dann brauche ich noch ein paar Titan, nehme ich mit. Und dann würde ich sagen, mal schauen, ob das denn geht. Dich einmal da hinziehen. Das Fundament. Und zwar... Da hin. Perfekt. Na ja, ich muss hüpfen, aber es passt schon. Ja, es geht auf jeden Fall. Okay. Super. Jetzt haben wir hier ein Fundament. Und auf dieses Fundament kann ich, wenn ich will, dieses Segment setzen. Kann ich das denn drehen? Ah, ja. Sehr cool. Setze ich die so hin? Habe ich ein anderes Fundament? Äh, Segment meine ich. Sieht denn das aus? Oh, nee. Hm, ich habe da noch nicht so viel. Nee, ich bleibe bei dem normalen. Drehen. Kann ich dich nicht mit der Luke auf die Seite? Oder ist jede Seite theoretisch eine Luke? Okay, ich versuche es einfach mal. Mal schauen. So. Und. So. Okay. Äh. Habe ich Glas? Ich bräuchte jetzt Glas. Mal schauen. Ich habe... Kein Glas. Glas. Ich sehe es nicht. Ja, da ist mal wieder jemand sehr laut. Ich glaube aber, ich habe kein Glas. Ich bräuchte aber dann... Ah, ich glaube, ein Glas sind zweimal Quarz. Das bedeutet... Jetzt noch zwei. Und eine neue Nachricht ist eingekehrt. Okay. Müssen wir uns gleich anhören. Oh Gott. Nicht triggern. So. Jetzt noch einmal Quarz. Irgendwo hier vielleicht. Nein. Da oben. Oh cool. Dich kenne ich noch nicht. Wie gesagt, von dem Spiel kenne ich noch nicht mal so viel. Ich habe einmal ganz kurz in das Wiki geschaut. Einfach um zu sehen, wie viel ich denn bereits kenne von dem Spiel. Damit ich weiß, ob es sich eben lohnt, ein sozusagen Let's Play zu machen. Ich weiß nicht. Ich möchte es nicht Let's Play nennen, weil es... Ich weiß nicht. Let's Play kommt mir so... So... Overused vor. Bleib stehen. Bist du gesund? Ja. Äh... So overused vor. Aber... Ja, diesen... Das Gameplay einfach. Ob es sich eben lohnt. Und ich habe eben da ganz kurz gesehen, dass... Es sich tatsächlich lohnt, weil ich noch nicht so viel gesehen habe. Perfekt. Ähm... Ja, deswegen mache ich das Ganze. Metallshot. Habe ich Platz? Ich habe Platz. Also Titan. Dich habe ich noch nicht gescannt. Bleib mal bitte stehen. Kaninchen rochen. Nein. Bleib stehen. Bitte. Danke. Nein. Nein, 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 nein. Nein. Okay. Und dich habe ich auch noch nicht. Den Gary Fish. So. Jetzt dann zurück zum Schiff. Und dann können wir uns auch ein Lager bauen. Ich möchte das Ganze erstmal über Wasser halten. Ganz einfach damit... Das sieht so weird aus. Aber, äh... Damit ich da keine Luftversorgung, äh... Hinsetzen muss. Weil das mir zu viel Arbeit wäre. Für ein Lager. Ist, glaube ich, verständlich. Vielleicht aber auch nicht. Äh... Hier spricht Rettungskapsel sexuelle Priorität. Was? Alterra-Fremd. Was? Irgendwas mit Alterra? Irgendetwas. Bla. Okay. Cool. Da müssen wir auch noch hin. Da kommen wir aber auch noch hin. Das eilt nicht. Das eilt alles nicht. So. Dann nochmal Titan herstellen. Und dann damit nach oben. Und dann das Ding. Und Luke. Und davon möchte ich zwei Stück haben. So. Sind die zwei Dinge jetzt miteinander verbunden? Ja. Wie cool. Und so könnt ihr eure eigene Base bauen. Das ist wirklich geil. Macht Spaß in dem Spiel. Ich muss was trinken. Oh Gott. Schnell. Wasser. Herstellen. Ich hasse es, wenn es so piepst. So. Wasser. Und noch mehr Wasser. Ich weiß nicht, wie viel ich hab. Nochmal eine neue Nachricht. Okay. Ich bin ganz schön famous in-game, hm? Das ist Avery Quinn von Trading Ship Sunbeam. Aurora, readest du? So. Nein. Ich readest nicht. Das ist noch nichts. Diese alte Terra-Scheibe. Sie sind aus der Engelstrecke. Sie senden ein SOS. Wenn wir uns helfen, können wir sie helfen. Aurora, ich bin auf der tiefsten Seite des Systems. Es wird mehr als eine Woche dauern, um deine Position zu erreichen. Sie brauchen noch unsere Hilfe. Nein. Schaut euch das an. Wir brauchen keine Hilfe. Nee. Sieht das aus, als ob wir Hilfe gebrauchen könnten? Nö. Und kein Wunder, dass wir nicht antworten, wenn alle Leute da tot sind. Also, hm. Aber okay. Können die ja nicht wissen. Eigentlich schon. So. Was wollen wir bauen? Wir wollen Schränke bauen. Und zwar, dafür bräuchte ich Quarz und dafür bräuchte ich Glas. Gut. Ich brauch noch mehr Quarz. Juhu. Die Suche nach dem ewigen Quarz beginnt mal wieder, weil... Irgendwie braucht man doch mehr Quarz, als ich dachte. In dem Spiel, verdammt. Aber es gibt ja mehr als genug hier überall. Da liegt nochmal so ein Ei. Kupfererz. Es tut mir, by the way, leid, wenn ihr irgendetwas draußen hört. Leer. Autos. Keine Ahnung. Alte Frauen, die mit Hunden sprechen. Ganz einfach, weil ich mein Fenster ein bisschen offen habe. Es ist heute ziemlich heiß. Der Sommer kommt. Ich möchte den Winter zurück. Bin ich mal ganz ehrlich. Quarz. Ich hab's eher kalt und Schnee und heißer Kakao und sowas. Und das geht im Sommer halt nur ganz schwer. Und im Winter kann man sich immer anziehen. Aber im Sommer kann man sich nicht mehr ausziehen, als man sowieso auszieht. Ach, ihr wisst, was ich meine. Inventar voll. Dann droppen wir mal Blei. Freue ich nicht. Blei ist useless für mich. Da haben wir einen. Ja. Moment. Inventar voll. Ja, das interessiert mich aber nicht, weil ich brauch den Seegleiter. Perfekt. Was kann ich droppen? Ich muss irgendwas droppen. Nicht Silikongummi. Ach ja, die Fische. Tschüss. Geht ihr mal. Ich hab irgendwo gelesen, dass man die auch als Lockmittel benutzen kann. Die Fische. Gegen größere Fische und sowas. Da kann ich irgendwas. Genau. Ich kann nicht scannen. Dann mach ich das. Und irgendwo muss hier Quarz sein. Hier ist Salz. Das sollte ich mir merken. Kann ich den Gleiter denn jetzt schon herstellen? Nein. Eins von zwei. Okay. Da ist nochmal Quarz. Und hier vielleicht irgendwo nochmal ein Stück Gleiter. Nein. Metallschrott. Kein Gleiter. Nirgendwo. Echt nicht. Bitte. Geh. Nein. Okay. Dann halt nicht. Dann nächstes Mal. Oh. Oh. Oh Gott. Kackviecher. Überall. Okay. Da haben wir nochmal einen Gleiter. Sehr schön. Jetzt können wir den herstellen. Und ich möchte mal gucken, ob ich noch was droppen kann. Ich hab das Ei nicht eingelagert. Nein. Salz. Ich möchte das Ei nämlich mitnehmen. Ich weiß nicht wofür, aber ich sammle die Dinger. Und es gibt später noch größere Eier. Einige Fische haben halt größere Eier. Mhm. Mal schauen. Aber ich denke mal, das wird sich auch noch irgendwie aufklären. Falls man überhaupt damit schon etwas machen kann. Vielleicht ist das ja nur schon mal ingame, aber man kann damit nichts tun. Könnte sein. So, da ist Rettungskapsel 3 und da ist 6. Okay. Dann schwimmen wir danach erst mal zur 3, würde ich sagen. Siegleiter ist kaputt. Ja gut, den kann ich jetzt schon herstellen. Puh. Zu spät. Habe ich dich schon gescannt? Nee. Bleibt halt nicht stehen. Klubscher. Achso, einsammeln kann ich dich eh nicht. Okay. Keine Energie verschwenden. Und dann... Basteln wir jetzt mal weiter. Dann haben wir jetzt auch ein Lager endlich. Das ist sehr wichtig in dem Spiel, weil mein Inventar halt so klein ist. Total blöd. Ich hoffe, man kann das irgendwann noch erweitern. Aber ich glaube zur Zeit nicht. So, dann Titan. Gut. Medikit. Die muss ich auch unbedingt einlagern. Habe ich theoretisch noch einmal Quarz unten? Wäre ganz cool. Nein, habe ich nicht. Okay. Aber ich nehme das Pulver mal mit. Genau. Das kann ich dann auch gleich einlagern. So, dann bauen wir hier einmal den großen Schrank. Oder einen großen Schrank. Können da zwei nebeneinander? Nee. Oder? Oh. Komm. Feinarbeit. Nein. Ich glaube, da passt aber nur einer hin. Sieht mir sehr stark nach nur einem... Oh Gott, jetzt habe ich da Sachen eingelagert. Egal. Ja. Nur einer. Okay. Macht auch nichts. Da kommt dann der andere hin. Und für die kleinen brauche ich Quarz, ne? Hm, blöd. Blöd, blöd, blöd. Aber zwei Stück sollten vorerst reichen. Dann sammle ich hier mal Kupfer und Titan. Und von mir aus auch das Silikongummi. Das Pulver mal nicht. Metallschrott muss ich noch weiterverarbeiten. Und hier haue ich mal die Eier rein. Und die Medikits. Und das Pulver. Genau. Passt. Jetzt haben wir wieder Platz. Schön. Was wollte ich jetzt zum genauen Metallschrott? Zu Titan. So. Einsetzbares Seegleiter. Genau. Dafür brauchen wir Batterie, Schmierstoff und Kupferdraht. Und für Kupferdraht brauchen wir zweimal Kupfererz. Das sollten wir schnell bekommen. Für die Batterie wissen wir ja Säurepilz und nochmal Kupfererz. Und... Okay. Und Schmierstoff. Und das sollte ich hier sein. Zweimal Schlingenpflanzen, Samenwischel. Alles machbar. Ja. Echt alles machbar. Aber zuerst hole ich mir wieder Proviant. Würde ich sagen. Wird mal wieder Zeit. Dass wir uns was zu trinken und was zu schnappulieren holen. Und deswegen hole ich dich. Und dich. Und... Hä? Bleib stehen. Bin ich eigentlich schon infiziert? Ich bin infiziert. Okay. Ich habe... Ich habe keine Ahnung, inwiefern ich mich infiziert habe. Ich glaube einfach, dass es durch die Fische, die ich esse, passiert ist. Oder das Wasser, das ich trinke. Aber ich bin mir da eben nicht sicher. Hier ist viel Quarz. Sehr schön. Und ich weiß auch nicht, was genau das für mich jetzt eben... Heißt. Weil... Ja, ich bin halt infiziert. Kommt vor. Mehr wurde mir bis jetzt noch nicht gesagt. Aber ja. Einfach mal schauen. Falls ich irgendwann selber zum Fisch werde, weiß ich Bescheid. Hm, hm, hm. Mal schauen. Irgendwo noch was zu trinken. Du kommst einmal mit. Dann halt nicht. Dann halt du. Ah, wie schnell die dann immer sind. Wo ist er? Quarz. Wo ist der Fisch hin? Äh. Klubscher. Da hatte ich doch schon einen. Das Spiel weiß nicht, was ich schon gesammelt habe. Das ist ja blöd. Da ist nochmal ein Blasenfisch. Und nochmal Quarz. Eins. Äh, wo ist der Fisch hin? Fisch. Da. Okay. Sehr schön. Hier noch was. Was passiert eigentlich? Ich brauche Atem erstmal. Ha. So, was passiert, wenn ich diese pinken Bällchen da... Au, leck. Okay. Kommt vor, wie gesagt. Äh, wenn ich die anhaue. Fallen die dann runter? Oder... Mal schauen. Oh, okay. Sie werden tatsächlich weniger. Also, sie gehen kaputt. Der sollte jetzt sinken. Ja, er sinkt. Das ist ja cool. Nett. Und wir haben eine neue Nachricht. Ah, wir müssten uns darum unbedingt kümmern. Die können wir uns erst holen, wenn wir dann Platz frei haben. Man kann nämlich immer nur... Ich kann euch das zeigen. Man kann nur zwei Nachrichten hier haben. Und wir haben bereits die zwei. Das bedeutet, da müssen wir erstmal warten. Aber gut, es eilt nicht. Es eilt keineswegs. Äh, wir... Machen mal aus dir Wasser. Und noch mehr Wasser. Ja, ganz viel Wasser. Viermal, wow. Oben steht, by the way, Energie hier. Das bedeutet, so viel kann ich herstellen, soweit ich weiß. Ich sehe immer, dass es weniger wird, wenn ich etwas herstelle. Und das regeneriert sich eben dann nach einer Zeit. Oh, dieses Gepiepsener. So, was geht mir auf die Nerven. Und dich nochmal kochen. Es ist ja okay. Mann, Mann, Mann. So, essen, essen. Einmal trinken. Und... Die Sache ist nur, das Essen wird jetzt kaputt gehen, wenn ich das nicht verbrauche. Ja, einlagern hilft da auch nicht, leider. Aber gut, ich glaube mal, das ist logisch. Deswegen lagere ich mal nur das Trinken ein. Essen kann ich mitnehmen. Ich wollte das Madkit einlagern, verdammt. Da hin. So. Genau, was brauchen wir jetzt für den Seegleiter nochmal? Ah, für den Seegleiter brauchen wir Batterie, Schmierstoff, Kupfer, Draht. Genau. Okay. Wofür habe ich dann Quarz mitgenommen? Einfach so. Okay. Dann lagere ich das auch noch schnell ein. Und dann würde ich sagen, mache ich erstmal wieder einen Cut. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. So. Wow, wir haben viel Quarz. Genau. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Und ich würde sagen, ja, macht's gut. Bye, bye. Und bis dann.